Musik Hallo, ich war gerade bei Papa. Wie geht es ihm? Ihm geht es gut. Und Benjamin? Auch. Wollen wir ihn besuchen gehen? Okay. Musik Da ist er. Der ist aber noch klein. Musik Musik Hi Fitz, ich habe schon viel Gutes von dir gehört. Super, dass du Adam überredet hast zu Känguruen. Ach, da ist er selber drauf gekommen. Trotzdem danke. Musik Meine Mutter ist so nervig. Ich finde sie nett. Lass uns nach der Schrift im Schnee gucken. Meinetwegen. Die Schrift ist immer noch da. Mhm. Ich finde es immer noch cool. Wollen wir jetzt nach Primula suchen? Okay. Musik Da ist sie. Hi, wie geht es dir? Besser. Ich war bei Dr. Wong und er hat mir die Hand gegeben. Wollen wir jetzt Frikadellen essen gehen? Ja, können wir machen. Musik Benjamin, geht es immer besser. Also magst du ihn? Nee, er ist immer noch E.T. Ist doch toll, dass es ihm besser geht. Aber ich muss jetzt wieder auf die Station. Okay, wollen wir uns morgen wieder treffen? Ja, bis morgen. Tschüss. In diesem Film war Charlotte Fitz, Toni Primula und Adams Mutter, Theo Adam, Jakob hat den Abspann gemacht und wir alle haben Regie geführt. Musik 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 Musik